Moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns Jankos, oder zu einer weiteren Aufnahme, zuerst schon gesagt, von uns Jankos. Meine Wichtigkeit, lieber Schulz, heute zurück bei ARNO 1800. In der letzten Folge haben wir ja die alte Tunte hier angegriffen, Bela O'Mara. Meine Schiffe sind mittlerweile alle wieder zurück und repariert. Und ich würde jetzt erstmal, bevor wir irgendwas machen, erstmal alle Schiffe ausladen, das was wir so unterwegs einnehmen durften. So, du kannst mal hier hoch. Was hast du? Du hast nichts. Dann kannst du hier hin. Du hast auch nichts, dann kannst du da hin. Du hast auch nichts, du kannst da hin. Was hast du? Du hast nichts, du kannst da hin. Was hast du? Du hast auch nichts, du kannst da hin. Du kannst auch hier hin. So, wir haben hier noch ein Bier. Das kann man noch abgeladen. Aber ich will nicht abgeladen werden. Gut, Bier ist voll. Das ist doch schön, wenn das Bier voll ist. Das ist doch ein Wunder. Okay, zwei Schiffe sind noch auf dem Weg. Und ja, so, Holz, Stahl und so, das ist ja alles hier schon mal voll. Das ist schon mal gut. Dann können wir das jetzt schon mal erst einmal pausieren. Und ja, sonst läuft hier hinten eigentlich soweit alles ganz gut. Okay, gut, wir kümmern uns dann erstmal weiter um Bad Musgau. Bad Musgau hat volles Holzlager. Alles voll, 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 voll. So. Okay, was braucht ihr denn? Zumindest haben wir genug zu essen. Aha, ihr wollt jetzt noch den Schnaps haben. Wir brauchen aber erstmal die Kartoffeln hier. Die Kartoffeln, Qualitätsart gut, ne? Genau, ich glaube davon hatten wir ja was hier in Düber noch hat. Ähm, ja, Qualitätsart gut, Kartoffeln, okay. So, dann einmal bitte hierher. Vielleicht können wir eine neue Linie aufbauen? Ne, noch nicht. Warum wir warten? So. Und dann nehmen wir mal die Qualitätskartoffelsart gut mit. So, und dann fährst du bitte ein, einmal bitte hierher hoch. Haltet sie auf Kurs! So, und dann müssen wir warten, bis die da sind. Und dann können wir dann die Schnapsposition beginnen. Da brauchen wir ja Kartoffeln und Schnaps. So, wartet mal. Wir können ja in der Zeit die hier nochmal ein bisschen unterbrücken. Mit Schnaps, ich glaube wir haben noch hier. Wir müssten eigentlich einen Schnaps haben, oder? Oder Schnapsfahrrad hier. Ja, so, wir nehmen mal 50 mal Schnaps mit. Obwohl, so viel jetzt auch nicht. Wir machen mal 30 mal Schnaps zur Überbrückung. Neue Befehle, Admiral. So, und dann können wir sehr weit hoch bauen. Und dann können wir dann... Hier... Hier... Ich glaube Zink brauchten wir, ne? Weil wir hier hinten kein Zink haben. Und hier auch nicht, ne? Genau. So, wie sieht denn das eigentlich aktuell hier aus? Mit unserem Zement. Und... Zement 100. Okay. Gut. Also von Ding her könnten wir... Das Zement mal abholen kommen hier. Also das heißt, dann... Wenn wir mal ein Schiff... Neue Befehle. Hat zumindest auch Waffen. So, das kann hier hochfahren. Na, Fritges holen. Und dann das Zement dann mal hier abholen. Wir haben jetzt hier unten das. Und ja. Und dann... Kann auch andere Sachen mitnehmen. Andere tolle Sachen. So. Wir fehlen die Rohstoffe. Wir fehlen die Rohre. Wir fehlen die Rohre. Wir fehlen die Rohre. Wir fehlen die Rohre. Wir haben hier halt... Keine Möglichkeit irgendwie... Na? Dings anzupflanzen. Zack schnell. Weizen. Und das lässt sich da... Alles anhalten. Das lässt sich dann grüßen. Also das ist der Nachteil. Ich glaube, hier haben auch nicht so viel Weizen, ne? Aber hier ist kaum gar nichts. Ah, doch langsam geht's wieder. Aber hier haben wir ja auch zum Verkauf. Walzen. Aber doch 166. Also... Müsste eigentlich langsam laufen. So. Wann machen wir weiter? Aktivation. Von vorne anfangen? Von vorne anfangen? Na gut. So. Du holst deine Waren. Und dann kannst du wieder in die Euro arbeiten. Dass wir weiterhin hier Brot produzieren. Heute Abend ist eine Gewerkschaftssitzung. Gut. Hier hinten läuft soweit hoch alles. Ist in Ordnung. Okay. Genau. Dann werden wir mal gucken, dass wir dann bald hier vielleicht auch weiter hoch bauen. Das ist unser gutes Recht. Wir können sogar hoch bauen von Dinger. Die sind alle totsterben zufrieden. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Okay. Okay. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Wenn die Luke nicht mehr vom Lager zugeht. So was auch. So. In Bad Muskow ist unser Schiff gleich angekommen. So. Ein Schiff erster Klasse. Okay. So. Angekommen. So. Dann kannst du. Neue Ziele. Erst einmal wieder dich zurückschiffen. Nach dort. So. Und. Gut. Wir werden gucken. Wo war. Unsere Felger bauen. Dass die Ombögelindustrie machen. Schiff unter Beschuss. So. So. Schiff erster Schiff. Schiff erster Schiff. Hier. Äußerst verheißungsvolle Kartenblüten auf dem Tisch. Okay. Neue Position. Interessant. Okay. Good. So. Du segelst weiter. So. Und ich wollte jetzt überlegen, wo ich dann anpflanze. Wo ich meine Felder mache. Also hier oben könnte man ja wieder ganz gut Industrie machen. Oder hier unten so schön in der Seite. machen wir es mal hier so und zwar werden wir hier erst mal ein paar wege ziehen und dann brauchen erst mal hier eine handelskammer und dann muss hier erst mal ein item rein und zwar ist das doppelrad qualitätsaat gut ja das war dann jetzt hier hat doch eine felder machen können sie haben an einfluss gewonnen haben wir haben ein oder machen immer ein kartoffel fällt das wollte ich natürlich jetzt nicht die scheiße ich wollte das schon ein bisschen einheitlich haben so genau dann kommt noch ein zweites kartoffel ich werde erst mal vier kartoffelfelder machen ich finde amfang erstmal ganz gut glaube ich ich will jetzt die meckert rum ich habe kein lagerhaus kriegte dann auch noch natürlich so es kostet die uns 20 bauern ok muss die bauern halten blick bei wenn ich das nicht mache dann wird kritisch so ok und noch eins dass wir vier haben oder was wir haben haben wir erst mal so was kosten die 50 arbeiter die schnapps brennerei und ein lagerhaus wollen die noch haben so ok gut sehr schön so dann können wir jetzt auch erst einmal wieder hier ein sägewerk activation und ein holzhellerhütte activation und kümmern uns jetzt darum dass man ja auch erst mal ja wenn ich in zwei reihen bauern also erst mal wieder bauen so und dann könnten wir von ding her meine feier geworden wäre ja auch sinnvoll die kommt dann auf die beine dran sehr gut so und so kommt natürlich auch hier ein bisschen zack ok gut so ok also fredisheim produziert dann jetzt wenigstens erst mal schnapps dann ist auch schon mal gut das ist schon mal gut ok so und glaube nach dem schnapps da können wir die dann hochbauen wir wollen sie ja nicht haben weil wir haben dann haben wir sonst auch alles gebaut und dann können wir gehen dann schon zu arbeiten weiter wenn er jetzt hier schon mal was ich arbeite neben google von ding am hatten aber da kann man aus erwarten auch kämpfen so gut dann wieder hier in bedürfen und zwar gibt es ja eine aufgabe eine ehrliche arbeit mein kind ist ganz jeckt nach der feierwehr und will unbedingt feierwehrmann werden wenn er groß ist es würde ihn viel bedeuten wenn sie ein foto von ihm vor der feierwehrwache machen würden es kann was das kann er sich dann über sein wetter aber sogar kein problem sie mir helfen den karren aus dem dreck zu ziehen klar mache ich ein foto von der feierwehrwache kein problem junge dame wie leckt denn das eigentlich heute soll hier bei mir eine aufnahme so wir machen ein foto so ein foto abstecken gucken ob das ausreicht wir werden auf sie anstoßen ein angler es könnte durchaus gefährlich werden am zufeld glauben glauben nur nie wahre leute ich habe schon vor langer zeit jeden letzten rest negativität aus überbrannt diese flagge bringt viele schlimme erinnerungen mit sich sicherlich hat keine unschuldige absicht hier segeln ich hoffe du findest es auch schrägern sie das linien schiff so ok jetzt ist mittlerweile hier ein unser schiff angekommen das weiß ich mir nicht was was wir hier wollten wollte ich denn jetzt sicher okay ok ich will kurz durch gucken wer fährt es mir dann wieder ein zum einen Ich kann meine ganzen Kanonen mitnehmen, zum anderen könnte ich auch ein bisschen Pappelkram wieder mit rüber nehmen. Ja, was wollte ich denn sonst noch? Items, was habe ich ja alles. Also noch ein paar Items. Ja, die Knipser. Ja, die ist fast. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ok, gut. Keine Ahnung, hab's vergessen. Dann werden wir mal noch mehr von der Paprikafrucht mitnehmen. Und Schiffen dann mal wieder zurück. Ok, okie dokie.